Wie viele Bitcoin-Millionäre gibt es eigentlich und was hat es mit den Milliarden-Wallets auf sich? Das klären wir in diesem Video. Es geht darum, finanziell frei zu werden. Da wir mehr vom Leben möchten, können wir uns dabei nur auf uns selbst verlassen. Und hier sind wir, eine kleine Community, die durch echten Einsatz und kluges Investieren genau daran arbeitet. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Malte-Lingnau und ich hoffe, du hattest bisher einen erfolgreichen Tag. Ja, Bitcoin. Man kommt im Prinzip nicht mehr drum herum. Und wenn man sich nur ein ganz kleines bisschen mit Finanzen beschäftigt, kriegt man einfach eine riesige Flut an Informationen zu diesem Thema. Es ist ein Hype-Thema im Moment und das muss man bei der Sache auch immer beachten. Heute möchte ich aber gar nicht zu tief auf den Bitcoin an sich eingehen. Für mich ist das Ganze so, es spaltet sich im Prinzip in immer weiter auseinanderklaffende Lager, je höher der Preis geht. Bei der einen Seite, hey, du musst auf jeden Fall das machen. Du wirst reich und deine Rente ist gesichert und was weiß ich. Die andere Seite, die es sehr, sehr kritisch sieht. Und ich sehe das eher so ein bisschen als Mittelding, dass ich sage, die Technologie an sich, das ist das, was für mich das Fundament bietet. Das ist eine tolle Sache, das ist eine gute Sache. Das habe ich auch im Interview dazu schon mal gesagt, als ich den Lars interviewt hatte. Und man muss seine eigene Wahrheit finden. Das Problem an dem Bereich ist aber, es gibt super viele nutzlose Informationen und man ist es einfach ein Dschungel. Und genau deswegen dachte ich, das Thema ist interessant, beziehungsweise mich hat das Thema eigentlich interessiert. Ich bin dann darauf gekommen und dachte, hey, ich mache direkt ein Video draus. Denn wie viele Bitcoin-Millionäre gibt es denn eigentlich? Und bevor wir das jetzt klären, gucken wir uns einmal kurz an, wie viel überhaupt notwendig ist, um Bitcoin-Millionär zu sein. Ich drehe das Video jetzt gerade hier am 29.11. Hier, wir sehen den Kurs knapp über 11.000. Und jetzt gucken wir mal, was wir überhaupt brauchen, um Bitcoin-Millionär zu werden. Jetzt teilen wir uns das Ganze einfach mal durch 11.488. Also wir bleiben einfach in Dollar. Und das heißt, um Bitcoin-Millionär zu sein, im US-Dollar, bräuchten wir 87,0473 irgendwas Bitcoins. So, hätte man das jetzt vor ein paar Jahren gewusst, wäre das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Anlage gewesen, um schnell Millionär zu werden. Wir können uns aber aufgrund der Transparenz der Blockchain, die der Bitcoin ja mit sich bringt, jetzt sehr gut angucken, welche Wallets haben denn wie viel Bitcoins. Und von daher wissen wir ganz genau, wie viele Millionäre es gibt. Und dann kommen wir auch gleich noch zur Brücke zu den Milliarden-Wallets. So, und wo kann man das Ganze nachgucken? Ich habe jetzt einfach hier mal Bit-Info-Charts dafür genommen. Und da kann man hier oben über die Rich-List, kann man in der Bitcoin-Rich-List sich das Ganze angucken. Das geht übrigens auch über andere Währungen. Das heißt zum Beispiel, wie sieht es bei Bitcoin Cash oder Dash aus oder Bitcoin Gold. Aber wir nehmen mal hier einfach die Leitwährung in Bitcoin. So, und jetzt sehen wir hier unten, aktuell gibt es, ich weiß jetzt nicht, ob das das Ganze live macht, aber 19.876 Wallets, das heißt Wallet-Adressen, auf denen mehr als 87, irgendwas Bitcoins, die wir gerade gesehen haben, liegen. Das heißt, diese Wallets sind alle US-Dollar-Millionäre. Jetzt ist die Frage, sind das alles Einzelpersonen? Ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Zum einen, wenn man höhere Beträge hat, splittet man es wahrscheinlich auf mehrere Wallets, Wallets, weil die Sicherheit natürlich, alles an einer Adresse zu haben, die ja aktuell noch ein bisschen schwierig ist zu managen. Und man hört ja auch immer wieder von Hack-Vorfällen, also Seiten, die gehackt werden oder Börsen, wodurch ich mir vorstellen könnte, dass einige das Risiko streuen, dass auf mehrere Wallets verteilen. Das heißt, es könnte entweder etwas mehr oder etwas weniger geben, denn wenn man jetzt, sagen wir mal, hier im Bereich ist, wie viele gibt es denn mit 100.000, da werden wahrscheinlich auch schon viele sein, das Ganze zu splitten. So, aber das heißt, wir haben hier knapp 20.000 Leute, 20.000 Adressen, die Bitcoin-Millionäre, also Millionäre in Bitcoin, in US-Dollar umgerechnet sind. So, und wenn man sich das Ganze jetzt hier aber mal anguckt, wie ist denn die Verteilung prozentual, das sieht man ja hier oben in der Balance, ist das schon relativ gering. Also es ist ein relativ geringer Anteil. Das heißt, die Hauptwährung verteilt sich im oberen Bereich auf sehr, sehr wenig Wallets und unten dann in ganz, ganz viele. So wie es ja, wenn man sich mal so die Vermögensstatistiken anguckt, in vielen Fällen auch so ist. Was man jetzt aber beachten muss, und das wissen relativ wenige, und ich habe das zufällig bei mir im Informatikstudium vor ein paar Jahren gelernt, beziehungsweise da kam das Thema ja so ein bisschen auf, 2009 wurde das Ganze ja angegangen, dass ein Großteil von Bitcoins ja sowieso nie mehr benutzt werden kann. Das heißt, es kann auch hier bei den Millionären, Millionären, einige geben, die eine hohe Anzahl an Bitcoins haben, die aber niemals mehr Zugriff darauf haben, weil einfach so viele Wallets am Anfang schon kaputt gegangen sind, diese wurden weggeschmissen, die sind auf Festplatten einfach vergammelt, wurden verschrottet. Und das heißt, es ist so eine Schätzung, dass 25% aller Bitcoins, also 20 bis 25, nagelt mich hierauf nicht fest, sowieso verloren sind aufgrund dieser ganzen Verlustes, die am Anfang waren, wo die ganze Technologie noch gar nicht so relevant und gar nicht so gehypt ist und wo in sehr, sehr kurzer Zeit auch sehr, sehr viele Bitcoins überhaupt noch gemeint werden konnten. Und von daher ist das auch, wenn man sich Zahlen und Wallets und die Verteilung und sowas anguckt, ist, dass die Knappheit der Währung sowieso schon geringer ist aufgrund dieser ganzen Verluste. So, und das ist natürlich auch in diesem Millioner-Bereich jetzt, gehe ich davon aus, dass da einige Wallets drin sind, auf die es nie wieder Zugriff geben wird, weil die einfach gesagt haben, hey, ich habe das irgendwie 2010 angefangen zu minen und habe da innerhalb von ein paar Monaten mir ein paar hundert oder ein paar tausend Bitcoins gemeint und dann haben die Leute es vergessen oder haben es weggeschmissen oder der Computer wurde verschrottet oder diese Phrase, um Wallets herzustellen, wurde vergessen. Und das sind natürlich auch alles Themen, die da mit reinspielen. So, jetzt gucken wir uns aber mal an, von diesen 19.000 Wallets gibt es ja auch wieder die oberen 10%. Und das sind die Milliarden-Wallets, über die ich sprechen wollte. Und zwar kann man sich das hier unten mal angucken, da sieht man die größten Wallets, die es gibt. Und das heißt hier zum Beispiel auf dem größten Wallet der Welt sind jetzt hier 130.000 Bitcoins. Jetzt sieht man hier auch, was ist das umgerechnet, das sind 1,4 Milliarden Dollar. Und das stuft sich jetzt hier so ein bisschen ab und jetzt ist die Frage, wem gehören die denn? Und man sieht es jetzt hier schon, dass es nicht zwangsläufig Einzelpersonen sind, sondern es sind Firmen. Und hier zum Beispiel Bitfinex, Cold Wallet, das sind natürlich dann Broker, die sagen, hey, ich nehme Bitcoin an und verwalte das für meine Kunden oder meine Kunden wollen damit etwas handeln und ich brauche die Sicherheit, dass dieses Geld auch wirklich vorliegt. Das ist nichts anderes, als wenn wir einem Broker Geld einzahlen, der dann weiß, okay, diesem Konto sind so und so viel Euro jetzt zugeschrieben. Das ist nichts anderes hier. Und die großen Wallets, da ist davon auszugehen, dass es fast ausschließlich Unternehmen sein werden, die damit arbeiten und vielleicht noch vereinzelt Wallets, die Einzelpersonen gehören, zum Beispiel dem Gründer. Da wird das auch vermutet, dass ungefähr, ich glaube, 1, irgendwas Milliarden in Bitcoins, das ist er oder eine Gruppe von denen, man weiß ja nicht ganz genau, wer den Bitcoin erfunden hat, diesen gehört. Aber ein Großteil wird darauf zurückzuführen sein, dass das Ganze von Firmen gemanagt wird und diese Firmen dann einfach die Gelder verwalten. Und dann sieht man auch hier, wenn sehr, sehr große Veränderungen darauf stattfinden, dass halt auch viel mit den jeweiligen Wallets dann gearbeitet wird. So, ich wollte mit diesem Video mal ein bisschen, nennen wir es mal, fundamentales Wissen einstreuen, das ganze Thema. Denn wenn so viel gehypt wird, sollte man sich trotzdem darauf konzentrieren, wenn man etwas damit machen möchte. Das ist ja überhaupt nicht zwangsläufig notwendig, dass man damit etwas macht, dass man sich auf Informationen verlässt, die auch überprüfbar sind. Denn Kursprognosen haben keine Griffigkeit. Das heißt, ob der Bitcoin jetzt bei 5.000, 10.000, 100.000 oder 10 Millionen steht, es gibt dazu gerade keine Bezugsgröße. Und das macht das ganze Thema auch so schwer. Man sieht nur Kurs plus, Kurs plus, Kurs plus. Und das verwässert das Thema so ein bisschen, wodurch es sehr, sehr schwierig ist, da auch zu argumentieren, weil dadurch viele Emotionen reinkommen von Leuten, die Gewinn gemacht haben, was ja auch jedem gegönnt sein soll. Aber das muss man immer beachten. Deswegen, ich bin für fundierte Informationen. Und das war ein Thema, was mich interessiert hat. Und ich dachte, das kann ich direkt mit euch teilen. Und von daher, was denkst du über den Bitcoin? Wie ist deine Einstellung dazu zukünftig jetzt? Bist du investiert? Bist du nicht investiert? Schreib mir das mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann bewerte es positiv und lass mir ein Abo da. Und wenn du mehr zu dem Thema, dass man noch mal ein bisschen versucht, hinter die Kulissen zu gucken, wenn wir das Ganze hier noch mal so ein bisschen aufarbeiten sollen, dann schreib mir das auch mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, wie euer Interesse auch dazu ist. Mich hat das Thema interessiert. Deswegen habe ich ein Video dazu gemacht. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen weiterhin erfolgreichen Tag. Es freut mich, dass du das bis zum Ende des Videos hier geguckt hast. Wenn du mehr erfahren möchtest über finanzielles Wissen, vor allem über die Börse und das Anlegen, dann findest du hier weitere Videos. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Mach's gut.